mittags meeting kurz nach 24 minuten nach 12 wir haben am gestrigen tag gesehen dass wir die range in der wir uns befinden 11.000 bis 11.370 letztendlich komplett durchlaufen haben einen schönen trenntag gestern der sich angekündigt hat hier oben mit dem verkäufer um 8 uhr und kurz vor 9 uhr in der kasse auktion auktionsphase wir haben ein tagestief gebildet was auf also das heißt im future handel auf den alten nacken linie spricht die unterkante der range drauf lag und sind in der kasse nicht mehr zurückgewandert das heißt wir sind nicht nach oben gewandert wenn man die technische seite hier rein nimmt dann sieht man dass wir auch so eine kleine stunden diagonale verlassen haben also man könnte jetzt mit dem mit der erweiterung auf der unterseite im future sagen dass wir mal drunter geguckt haben unter das tief was wir aber nur im future des eftags also im eftags gemacht haben und nicht in den referenzmärkten die jetzt ein bisschen schwerer sind von der bewegung her wenn man nämlich jetzt hier anschaut der euro stocks der hat in keiner weise das tief rausgenommen sondern liegt hier schön auf den bewegungstief auf wenn wir dann wieder zurückspringen in den dax dann sieht man auch gleichzeitig dass wir jedes mal dieses 38 prozent retracement mitgezogen haben das heißt das lag vorher auf dem tagestief gestern kam bei der 147 rein und jetzt dann eben auf der sehnte also das tagestief lag zuvor auf dem das retracement lag auf der 147 wegen dem tagestief von gestern und haben wir dann natürlich mit der range erweiterung heute nach unten gezogen und das kommt jetzt gerade bei 11 123 rein was auch mir gefällt was auf der unterkante einer alten konsolidierung liegt und gleichzeitig auf dem rücksetzer level den zahlen bewegung nach unten das heißt hier haben wir ein schönes cluster ich erwarte nicht dass wir das heute noch erreichen dafür sind zu wenig akteure markt außer wenn es natürlich noch nachrichten uns hier fluten aber wir müssen noch sehen was gestern passiert ist das heißt wir hatten einen trend tag short minus tag und da sind akteure drin gewesen die haben gewonnen und machen meiner meinung nach riskieren die nichts haben ihr geld gemacht sind vielleicht am langen wochenende und es gibt die gegenseite die er verloren hat und die hat eine watsche bekommen und muss oder kann gar nicht anders als sich heute zurückzuhalten das heißt es war zu erwarten dass wir hier diesen engmaschigen tag oder diese kleine range an einem freitag nach so einem trenntag erhalten im fünf minuten chart wenn wir jetzt mal runter springen sehen wir dann auch dass die technischen marken die nicht so wichtig sind trotzdem dazu geführt haben dass der kurzfristhandel diese marke annimmt das heißt wir haben mit der kasse eröffnet in dieser late session range die wir hier nach 17 30 und overnight gebildet haben haben wir nach unten erweitert zur 961 die 961 war ein altes bewegungs rücksetzer tief auf dem weg nach oben das heißt das war nicht irgendeine konsolidierungsphase sondern letztendlich einfach nur ein rücksetzer level und das hat schon dazu geführt dass die kurzfristrader die gesehen haben dass der kurs nicht weiter runter fällt ihre short position die sie am einbruch ausbruch eingegangen sind sofort wieder glatt gestellt haben gleichzeitig das dazu natürlich die algos und das hat uns wieder in die range zurückgetragen die dann auch bestätigt wurde und komplett durchlaufen das heißt einmal komplett 80 prozent chance die welt durchlaufen und jetzt sind wir dort in dieser seitwärtsphase die sich meiner meinung nach kaum erweitern wird also hier war das indiz dafür dass die vorgaben bestätigt werden sprich rate range erweiterung widerstand einer kleinen unterstützung die sofort dazu führt dass gewinne wieder mitgenommen werden und wir wieder in die range verfallen danach ist nicht viel passiert wir hatten hier das rote scene of crime ort des verbrechens kurz zur meldung dazu über die zölle das hat uns hier aus den bewegungstiefs nach unten gerissen wurde dann auch direkt vom markt erkannt dass das nicht jetzt was nachhaltiges ist sondern einfach nur die bestätigung dafür dass fristen gesetzt wurden wo entscheidungen gefällt werden und durch die algos sind wir dann wieder die früh erkannt haben dass wir zu tief in dem value sind das heißt zu weit vom fairen preis entfernt sind wir wieder in die range zurückgezogen worden warum ist das so weit ist ja kurz so weit gefallen irgendwann haben wir angefangen nicht mehr im future eine eigene bewegung zu ziehen sondern nur mit der kasse zu laufen wir sehen hier immer wieder bewegungstiefs die hochgezogen werden da werden natürlich mit der kasse blöcke mitgenommen und wenn das tief rausgenommen wird dann werden die stops loss gedreht das hat das ganze nach unten noch weiter multipliziert und dadurch ist eben eine relativ heftige reaktion nach unten kommen für die kleine range die wir jetzt hier hatten sprich 40 punkte waren das sehr nahezu gut mehr gibt es dazu nicht so sagen kleine handel am freitag ein bisschen zurückziehen am wochenende das heißt von meiner seite auch mal was anderes machen als jetzt die börse und dann würde ich sagen sehen wir uns am montag wieder viel erfolg noch